hey leute zu diesem kleinen info video und zwar wollte ich schon immer eine facecam haben und da das mit den youtube regeln so mit kinder gesichtern und so weiter so eine regung ist dass die kommentare dann deaktiviert werden weil ein channel darf erst ab 13 betrieben werden ich bin 13 und ich denke dass meine eltern erlauben würden facecam zu machen aber da ich es selber nicht möchte habe ich eine andere methode gefunden facecam zu machen ich habe ich dann bis noch ein youtuber german let's play inspirieren lassen weil er macht es auch mittlerweile und es ist auch relativ viele heutzutage und deswegen zeige ich jetzt das endergebnis hallo na guck mal ein will ja das ist natürlich ein bisschen ausbaufähig und so weiter aber das ist zum beispiel ein anfang ich muss ein bisschen daran gewöhnen mit dem mund zu bewegen aber ja das ist first start ne ist halt ich über bei gymnast p hat sich auch einen charakter selber modellieren lassen ich weiß nicht ob ich das auch machen sollte weil das ist halt auch ein teures anspiel und deswegen würde ich eher sagen lassen wir das mal denn ich habe jetzt zum beispiel mehr als genug auswahl erstmal ich habe hier zum beispiel noch wenn man das mal guckt man hat hier noch zum beispiel moment ich habe es gerade die auswahl man hat zum beispiel noch so ein raptor quasi moment ein raptor natürlich ein bisschen komisch das ist natürlich nicht hat schon da ist es halt schon gar so wie die technik heutzutage ist es ist halt krass ne ich muss mir noch einen charakter aussuchen ich beziehungsweise ja zum thema modellieren ich weiß nicht wie es auch bei euch ankommen wird nachdem wie es bei euch ankommen ob es gut bei euch ankommen wenn ich natürlich erstmal benutzen aber geld zu investieren für modeller modellierer der ja was modellieren soll ich weiß nicht ob ich das geld da so lohnt weil ich denke ihr wisst schon was ich meine ja wer wisst ich weiß ich bin ein bisschen nervös darum war ich sehr nervös bei euer feedback weil ja das programm aber ein bisschen was gekostet und ja ist halt schade wenn ich das jetzt nicht benutzen kann ne weil ich finde das mega geil alter also schaut euch das mal bitte an alter das ist krass das ist wirklich live also schon geil oder also wie gesagt ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von youtuber germ let's play weil der hat das der macht das ja wie gesagt auch wie gesagt ich warte auf euer feedback und ich guck mal schreibe wie geht eure feedback jetzt in die kommentare weil ich bin nervös ne also und in den nächsten tagen oder wochen werde ich auch ein neues spiel aufnehmen beziehungsweise es ist letztes jahr herausgekommen nennt sich phasmophobia sollten fast alle kenners männer community in dem spiel geht es darum geister zu jagen also man hat diversen sachen und so weiter aber ich gehe da noch mehr auf das video dann später noch ein also lasst euch erst überraschen lassen jetzt euer feedback in die kommentare schreibt ich bin echt ein bisschen gespannt darauf ansonsten jetzt ein like doch und wir sehen uns im nächsten video tschüssi